Hallo zusammen, hier kurz in eigener Sache. Die Welt steht Kopf, wir stehen auch Kopf. Wir haben euch ja angekündigt, dass wir einen neuen Kanalnamen suchen. Ja, und wir wissen nicht, wir können uns nicht entscheiden. Da bräuchten wir vielleicht eure Hilfe. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, ob euch was Passendes einfällt. Ja, aber bitte nicht Rumpelstilchen, wie dem auch sei, Leute. Es kommt nachher gleich noch ein Video zur aktuellen Politik, so wie ihr es gewohnt seid. Ja, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.